Hallo ihr Lieben, ich melde mich mal wieder. Wobei, ich glaube, das ist nur gefühlt lange her. Ich meine, das Video kam ja, glaube ich, Samsonntag oder so, oder Montag. Heute ist Donnerstag. Genau. Und, ach ja, 1. April, ne? Ich mag den 1. April nicht. Ich bin kein Fan von diesen April-Scherzen und so. Äh, nee, kein Freude. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Ihr hattet eine schöne Woche. Ihr habt ein paar schöne Ostertage vor euch, hoffe ich. Ähm, heute geht es darum, ich werde mein Josephine-Wollbild beenden. Ja, das habe ich die letzten Tage fertig gemacht gehabt. Und jetzt bin ich soweit schon. Ja, ich war gestern fleißig. Ich habe gestern, glaube ich, viereineinhalb Stunden etwa, was ist das hier? Stein rumgeworfen. Äh, viereineinhalb Stunden etwa geklebt. Und, ähm, genau. Äh. Ich glaube, du hast noch Futter. Okay. Katzenfusselt hier gerade rum. Bestimmt quarkt sie gleich wieder. Genau, ich habe gestern richtig fleißig geklebt. Ich habe mit einmal so ein Flow, Entschuldigung, Flow gehabt. Ähm, oder wie man das nennt. Ich wollte einfach nicht aufhören, ne. Ich war echt, ähm, so mittendrin. Und ich dachte mir, ich klippe jetzt ein bisschen mit euch. Und dann, ähm, mal gucken. Entweder mache ich ein Speedpainting dazwischen oder ich nehme euch kurz vor Ende nochmal mit. Das weiß ich jetzt noch nicht. Ich denke, das Video wird ein bisschen kürzer. Aber, haha, lassen wir uns erstmal überraschen. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Ja, ich habe heute, äh, Urlaub mir genommen. Ich habe ein bisschen verbaselt, dass, äh, Ostern ist. Zum Glück kann ich das auf Arbeit, äh, immer recht kurzfristig machen. Und, genau. Dadurch hatte ich jetzt Glück, dass ich mir heute freinehmen konnte. Und ein paar längere Tage habe. Hm, genau. So, wo machen wir weiter? Ich würde dann nochmal mit dem Zeh weiter. Also, ich muss sagen, ich bin auch überhaupt nicht so richtig traurig, wenn ich nicht mehr in diesem Kasten rumwühlen muss. Hehe. Aber, ähm, wartet, wartet. Ich suche schnell das Zeh. Hm, hm. Aber ein bisschen Wehmut ist irgendwie schon da, wenn ich daran denke, ähm, dass das jetzt zu Ende geht. Ja, das ist mein erstes eigenes Projekt für mich. Also, äh, das erste Bild, das ich für mich selbst fertig stelle. Ich habe hier zwar auch so einen bunten Löwen, aber das war mehr so ein, äh, ich probiere Diamond Painting jetzt mal aus. Ähm, und, äh, der war jetzt nicht so direkt für mich so gedacht. Ach, das war jetzt wirklich ein Bild. Das habe ich für mich gekauft, äh, um es mir an die Wand zu hängen. Und jetzt wird es fertig. Nach über einem Jahr. Also, gekauft habe ich es im Oktober 19. Angefangen habe ich es im Februar 20. Und dann auch eine Weile ziemlich intensiv dran geklebt. Aber dann kamen ein paar andere Projekte dazwischen. Ich hatte auch vor einem Jahr, so im Mai war das, glaube ich, hatte ich dann auch mal so zwei Monate, wo ich gar keinen Bock hatte zu kleben. Und, ähm, genau, da ist das dann alles. Also, eigentlich war es Ende Juni schon so weit, dass es im Juli hätte fertig werden können, wenn ich dran geblieben wäre. Bin ich aber nicht. Und, also jetzt ein Jahr später quasi. Aber das ist ja nicht schlimm. Das, ähm, das ist ja das Schöne daran. Es kann fertig werden, aber es muss nicht. Na, das ist immer, immer schön. Finde ich. Ja, äh, zwischendrin hatte ich ein bisschen Sorge, dass manche Steine nicht reichen könnten. Bisher, ähm, schaut es aber nicht dann aus. Also, bisher ist, äh, bei den Formen, die ich jetzt schon verklebt habe in diesem Abschnitt, ist alles, alles schick. Also, alles genug übrig geblieben noch. Ich muss dazu aber auch sagen, ich hatte wenig Ausschuss. Also, ja, es gab zwar schon viele Steine, die auch so die berühmten kleinen Löchlein hatten, die Harz eben hat. Aber, ich sortiere die ja nicht direkt komplett aus. Es sei denn, es ist echt so ein halb abgenagter Stein, wo das Loch einfach so krass ist. Aber, ähm, alles was man, also so ganz kleine Minilöcher sieht man ja theoretisch nicht. Die packe ich dann immer erst mal auf Seite. Schütze sie später wieder mit in die Tüte. Huch, mein Stuhl knurzt. Ähm, tue sie später mit auf die Seite, dass, falls es am Ende eng wird, ich Steine habe. Wobei, jetzt habe ich ja von das Painter meinen kleinen Vorrat geliefert bekommen. Äh, da wäre das jetzt sogar gar nicht nötig. Da könnte ich jetzt, äh, da wäre es nicht schlimm, wenn jetzt was ausgeht auf den letzten Metern. Ich denke aber nicht, dass das der Fall sein wird. Ja, genau. Äh, vor diesem Stück hier, was ich jetzt gerade mache, da hatte ich, naja, kein Bammel, aber auf das hatte ich echt mit am wenigsten Lust. Weil, äh, ich fand diese ganzen bunten, ähm, Pastellfarben unten so schön und hier oben ist es ja dann doch dunkler geworden. Und, ha, da wollte ich nicht so richtig. Ich glaube, darum habe ich das auch immer mal so ein bisschen geschoben und hatte nicht so, so Lust darauf, ja. Ja, nur um dann gestern festzustellen, so, oder vorgestern, wo der Teil hier fertig wurde, so, uuuh, sieht aber schon ziemlich geil aus. Ja, ja, ne, also, manchmal muss man dann doch einfach machen. Ja, einfach. Wenn einfach immer einfach wäre, ne? Hihi. Ja, vorhin hatte ich gesehen, dass mein Ever Moment Bild, das unterwegs ist. Also, ich bin mal gespannt, wann das eintrudelt. Irgendwie gab es da Probleme mit dem Versand. Schon in China und jetzt habe ich irgendwas mit einzelner Verschüttung oder irgendwas im Sendungsstatus zu stehen. Ich lasse mich mal überraschen. Ich denke mal, mit Ever Moment kann man es zur Not gut schreiben, das hoffe ich zumindest. Ähm, falls es da irgendwelche Probleme gibt. Ich, äh, nicht, dass ich hier nur ein halbes Päckchen lang bekomme oder so. Man weiß ja nie. Uh, ja, das passiert auch gerne mal mit der Pinkzette, wenn man nicht auspasst. Wenn man zu grob ist, ne? Mit der armen Pinkzette. Ja, ja, ich habe hier bunt gemischt, äh, Teil mit Pinkzette, Teil mit Stift geklebt. Je nachdem, wie ich gerade Lust hatte. Und, ich glaube ganz gut, also ich liebe es, ja? Mal sehen, ob es jetzt hier geht. Wahrscheinlich, doch. Das liebe ich ja, ne? Also das ist echt. Das nicht. Das ist, wenn man da nicht hinguckt. Ähm. Und zu grob ist. Ja. Ich liebe das, zwei oder drei gleichzeitig aufzunehmen. Ich finde das, ach, das macht mir so Spaß. Ich hatte das ja immer in diesen Videos bei Ali gesehen und dachte immer so, ja klar. Als wenn das geht. Und es ging auch meistens nicht. Da müssen die Steine wirklich gut sein. Also, egal ob jetzt Hartz oder Acryl, das habe ich schon jetzt gelernt. Ich dachte immer, das geht nur mit Hartz. Aber, wenn es gute Acrylsteine sind, dann geht das auch mit denen. Äh, oder es gibt auch so einige... Ei, ich kann heute nicht schriegen, Mann. Äh, ja. Äh, einige Hartz... Dann los hier heute. Hallo. Ähm, einige Hartzsteine. Bei denen das nicht geht. Genau. Ich habe gestern auch bei drei für mich neue Shops bestellt. Ganz witzig war, ähm, der eine davon ist Momo Art. Und lustigerweise kam gestern ein Video von der lieben Heidi online, wo sie genau diesen Shop vorstellt. Und ich bin mal gespannt. Bei ihr waren teilweise Acrylsteine mit bei. Ich hatte ja den Shop angefragt, ob sie Hartz benutzen. Und die sagten ja. Und, ähm, scheinbar... Scheinbar mischen die aber, ne? Aber das, was Heidi da in ihrem Schälchen hatte, sah ja sehr vielversprechend aus. Ich bin also mal gespannt. So, warum mag ich Acryl eigentlich nicht so hart? Das ist ein ganz einfacher Grund. Mal abgesehen davon, dass sie manchmal nicht so schönen Glanz haben. Also, sie funkeln ja generell nicht so wie Hartz, aber sie können ja wirklich sehr, sehr schön schimmern. Es gibt halt echt Acrylsteine, die sind so matt. Das sieht einfach total doof aus. Also, ich habe so eine kleine Eule. Da habe ich auch leider viele ABs drin verbaut von Janine. Also, dadurch glänzt sie wenigstens etwas. Aber ich überlege tatsächlich, ob ich das Bild nochmal... Ich habe es gestern bei Dispaint nochmal in Hartzstein gefunden. Ob ich es mir nochmal bestelle. Ja. Weil, äh... Ja, weil... Weil, ne? Es einfach schade ist. Also, ich werde es zu Ende machen. Vielleicht verschenke ich es auch. Ich kenne ja mittlerweile... Ich kenne ja den ein oder anderen Eulen-Liebhaber. Blinzel, blinzel. Genau. Und, äh... Mal gucken, was ich damit mache. Mal sehen. Mal sehen. Das nächste Projekt ist ja jetzt eh erst mal Heidi's Challenge. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt so am Josephine-Wollbild geknüppelt habe, würde ich mal sagen. Denn... Das will ich... Da will ich mitmachen. Und ich habe natürlich bei diesen 275 Farben hier viele bei, die ich da nutzen kann. Und, äh... Und, äh... Das ist der Grund, warum ich jetzt hier... Ähm... 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 Nee... Ich werde den nicht... Warum ich jetzt hier so Gas gegeben habe. Ich meine, ich habe ja Glück, dass Heidi ihre Challenge auch verlängert hat. Ähm... 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 Und... Von daher... Dürfte das dann kein Thema eigentlich sein, dass ich da mitmachen kann und das Bild sogar fertig bekommen könnte. Wenn ich mich nicht allzu doof dabei anstelle, das später zusammenzufügen. Mal gucken. Also... Ähm... Ähm... Die Leute von euch, die selber pixeln, können mir gerne den ein oder anderen Tipp noch in die Kommentare schreiben, wenn sie möchten. Ich habe das, wie gesagt, noch nie selber gemacht. Ich habe das jetzt auf doppelseitiger... Äh... Also ne, mit also auf... Äh... Na, auf Flaminierfolie, die eine Klebeoberfläche hat. Mal schauen. So entschuldigt, dass ich hier die Gönsheit rumrollse, weil ich habe irgendwie einen Frosch im Hals. Aber jetzt habe ich angefangen zu kleben und jetzt will ich nicht aushören. Ähm... Ähm... Übrigens, ich mache das ja gerne so, dass ich tatsächlich, ähm... So eine freien Stände, also so, wo noch nicht so viel liegt. Die klebe ich gerne mit Pinzette. Und, äh... Wo ich so Kanten habe, wo ich die anderen, oder Lücken sogar, wo ich die anderen dann so reinstopfen kann. Da, äh... Benutze ich dann gern... Den... Den normalen Stift. Ja. Apropos Stift. Es ist wieder mal was unterwegs zu mir. Hihihi. Ich hatte ja vor, ich glaube, zwei Wochen. Bei der... Oh Gott, ich habe eben... Ich habe wieder nichts gefragt, wie ich ihren Namen aussprechen muss. Bei der Savasi oder Savasi. Ähm... Etwas bestellt. Und das geht wohl heute zu Post. Das heißt, das trudelt demnächst bald bei mir ein. Und da freue ich mich schon total drauf, euch das zu zeigen. Deswegen hatte ich nämlich da bestellt, weil ich euch die Sachen mal zeigen wollte. Hmhm... Das ist nichts, was jetzt gesponsert... Also, was sie mir irgendwie gesponsert hat oder so, sondern das habe ich von meinem eigenen Geld gekauft. Und, ähm... Ich weiß nicht, was ich bekomme. Also, ich weiß schon, was ich bekomme, aber nicht, wie es aussieht. Und... Ja, da bin ich sehr gespannt drauf. So, kleine Überraschungspakete. Ich habe die Tage auch Fimo von jemandem aus der Gruppe geschenkt bekommen, das er nicht mehr brauchte. Und... Da war dann auch eine kleine Leckerei für Foxy mit bei. I eat dreamies. Sie liebt dreamies. Und... Und, und, und. Und, und. Zum Beerenkompott. Das wollte ich jetzt am Wochenende mal... Also, eigentlich dachte ich ja, heute ist auch nochmal ein schöner Tag, wo ich mich dann mal auf dem Balkon mitpflanze. Aber das habe ich jetzt irgendwie verpasst. In meinem Klebe- und Zockwahn. Ähm... Aber egal. Den esse ich mein Eis halt drin. Genau, es ist so ein selbstgemachtes Beerenkompott, wo sie mir auch dazu geschrieben hat, dass das wunderbar zu Pancakes... Num, num, num. Und, äh... Eis passt. Genau. Und Eis habe ich da. Gut, Pancakes könnte ich auch machen. Könnte ich wirklich mal wieder machen, ne? Schon lange nicht mehr. Ja, Pancakes gab es eigentlich... Achso, halt erst ein Thema erst beenden, ne? Äh, auf jeden Fall dafür nochmal ganz, ganz lieben Dank für das tolle Päckchen. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Aber ist schon witzig, ne? Ich hatte sofort meine Eltern im Kopf. Wie sie sagen, no, von fremden Menschen Essen annehmen, das macht man nicht. Das können vergiftet sein, ne? So geil. Was einem dann so in den Sinn schießt, ne? Aber natürlich werde ich es essen. Äh... Oh Mann, das ist schön, also... Ja, ja. Kennt ihr das auch? Also, äh, so, so... Sätze von Eltern, wo ihr dann manchmal so denkt, so... Oh Mann. Das ist aber schon ein bisschen schräg damals so gewesen, ne? Und, äh... Aber sehr prägend, wie es aussieht, dass mir das als erstes in den Sinn kam. Muss mal erstmal drauf kommen. Aber ich glaube, das war... Zu der Zeit damals war auch irgendwas gewesen mit den Supermärkten, dass da irgendwas war. Und, ja... Ja. Wenn es danach ginge, nicht wahr, dann könnte man gar nichts mehr machen. Ja. Ich, äh... Hab die Woche leider auch erfahren müssen, dass... Dass ich nicht geimpft werde erstmal, weil... AstraZeneca ja nicht mehr an unter 60-Jährigen, wenn ja nur auf eigenes Risiko, halt, verimpft werden. Und, ja, meine Werkstatt... Also, da wir mit AstraZeneca geimpft worden wären, bin ich mal gespannt, was jetzt, äh, sein wird. Ich weiß es nicht. Ich find's schade. Ich, äh... War echt froh. Wobei ich viel froher bin, quasi, dass meine Eltern jetzt... Also, mein Papa ist jetzt bald dran. Und meine Mama, äh... Hoffentlich auch bald. Genau. Genau. Da nochmal ganz lieben Dank an die liebe Michelle, die mir so ein bisschen... Gestern auch wieder... Hatte ich so einen Anflug von, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh... Was alles passieren kann. Ähm... Da nochmal ganz lieben Dank, ne, für dein Ohr. Und dass du mich da ein bisschen, äh... Ja... Äh... Mit der Verstandsseite weitergeholfen hast. Mit dem medizinischen Wissen ein bisschen. Das hat mir sehr geholfen, wirklich. Ja, und... Ähm... Es ist einfach scheiße, kann man einfach so sagen, denke ich. So. Also, wenn das jemand sieht, der die Mary kennt, der darf ihr das gerne ausrichten. Ähm... Ähm... Zum fröhlichen, sonst, äh... Sonst fängt mein Kopf hier wieder an. Ähm... Was hab ich noch gemacht? Ich hab gezockt. Äh... Dank Pichus Mann. Nein, dank Pichu und ihrem Mann, äh, bin ich, äh, wieder mal ein bisschen mehr an meiner Switch, weil, äh, es kam ja Story of Seasons, äh, Olive Town oder irgendwas. Ich weiß gar nicht, wie der Titel genau heißt. Also, das neue Story of Seasons kam raus. Und... Tja, was soll ich sagen? Jetzt bestand mein Alltag die letzten zwei Tage aus. Akku, der Switch leer spielen? Und, ähm... Äh, kleben. Ja, ja. Natürlich die Katze noch versonnen, ja, aber das ist ja selbstverständlich. Darum erwähne ich das jetzt nicht extra. Oh, ja, ja. Aber es macht unglaublich Spaß. Es ist, finde ich, deutlich einfacher als die früheren Titel. Das hört mich persönlich nicht, weil... Äh, Harvest Moon für mich, beziehungsweise, also... Story of Seasons ist ja Harvest Moon von den Machern von Harvest Moon. Ähm... Das richtige Harvest Moon, auch wenn es nicht mehr so heißt. Ähm... Mach ich eigentlich immer an Spielen, weil ich, ähm... Ich bin da gar nicht so der Herausforderungs-Fan, will ich mal sagen. Pichu, mein Stisch fängt an zu wackeln. Ähm... Ich hab grad gemerkt. Ähm... Muss ich jetzt sagen. Äh, genau. Ich bin nicht so der Herausforderungs-Fan. Habe ich auch bei The Witcher, ne, hab ich auch den einfachsten Modus gespielt. Hat von euch schon mal einer The Witcher im richtigen Hardcore-Modus probiert. Also... Ich war ja schon im normalen Modus irgendwie mit... Nee. Nee. Aber, ähm... Das ist ja das Schöne, dass es diese verschiedenen Varianten gibt, weil dann wirklich jeder... äh... so spielen kann, wie er Lust hat. Tja. Sind denn unter euch auch ein paar Zocker? Äh... Wenn ja, was spielt ihr so? Das würde mich interessieren. Also ich spiel ja auch WoW. Wobei momentan, äh... Viel zu wenig. Dafür, dass ich das ja monatlich bezahle. Aber okay. Okay. Ich mein, WoW begleitet mich seit 16 Jahren. Davon mal eine längere Pause ein bisschen. Aber... Aber, aber... Ich kehre immer wieder hin zurück. Das ist einfach, äh... Tja. Ein Teil meines Lebens. Kann man schon so sagen. Ich glaube, das wird irgendwann echt, echt, echt seltsam, ne? Wenn der Server... Wenn die Server irgendwann ausgestellt werden. Wenn da Schicht im Schacht ist. Oh. Oh. Das wird komisch. Denke ich. Ja. 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 Ja, manchmal ist das nicht so... So leicht, irgendwie... Sich zu entscheiden. Was, was macht man, ne? Zockt man, klippt man. Äh... Pichu macht's gerade ganz raffiniert. Lässt sich teilweise ziehen und klippt den Ball. Das ist auch nicht schlecht. Mmh. Und, äh... Ja. Oder guckt man Netflix. Ich meine, ist schon... In dem Fall ist es, äh... Gar nicht so unpraktisch, dass man nicht so viel machen kann. Oh. Weil es ja, äh... Ja. Wann dann... Dann... Dann hat man gar... Also ich hab ja schon wirklich viel Zeit. Also wie machen das denn die Leute, die kaum Zeit haben? Also uff. Uff, uff. Ja. Ja, was gibt's denn noch so? Was gibt's denn noch so? Was gibt's denn noch so? Gar nicht so viel. Eigentlich. Also ich werd jetzt Ostern bei meinen Eltern... Also Sonntag auf jeden Fall bei meinen Eltern sein. Und mein Papa hat auch so eine Schnelltests, äh, geholt. Mal schauen, wie die Funktion luckelt damit, ne? Aber die in der Apotheke meinte gestern, das ist ja extra für den Laien gemacht. Und von daher... Von daher, ne? Mal gucken. Auf jeden Fall gibt's Lamm. Oh, lecker. 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 Ja. Genau. Also meine nächsten Tage werden ruhig. Ich warte auf mein Ever-Moment-Bild, das hoffentlich bald irgendwann mal ankommt. Ähm. Und das ist schon verhältnismäßig lange unterwegs. Ähm. Aber da gab's... Hatte ich, glaub ich, ja am Anfang erzählt, äh, dass es da irgendwie Lieferschwierigkeiten gab. Also, hä? Mal gucken. Mal gucken. Ich hatte so ein bisschen gehofft, dass es hier heute vielleicht eintrudelt. Weil dann hätte ich am Wochenende euch ein Ever-Moment-Unboxing gemacht. Oder für's Wochenende. Aber, äh, ja. Wir lassen uns mal überraschen, ne? Also, äh, dabei fällt mir auf, ich hab vorhin gar nicht mein Dings zu Ende erzählt. Ich wollte dir erzählen, dass ich bestellt habe im Sale und, ähm, bei Diapai, bei Momo Art und bei einem Namen, den ich nicht aussprechen kann. Äh, alle drei benutzen wohl Hart. Bei Diapai bin ich relativ sicher, weil mir da gesagt wurde, dass das, äh, Home-Fun ist. Da bin ich also mal gespannt. Und Momo Art weiß ich jetzt, die mischen ja scheinbar. Bin ich dennoch gespannt drauf. Ah ja, übrigens, das ist auch mein erstes Landschaftsbild. Das war so witzig, echt. Heidi zeigt diesen Shop und es ist auch ihr erstes Landschaftsbild. Ich musste so schmunzeln. Ich fand das echt neckisch. Manchmal, manchmal sind die zufällig schon wirklich witzig. Ja, und bei dem dritten Bild, bei dem Shop, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, ähm, da bin ich gespannt, ob alles geklappt hat, weil das Bild gab es nur in Rund und ich hatte mit denen geschrieben, äh, ob ich das auch in Eckig kriegen kann. Und die sagten, ja. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob dem dann so sein wird. Ja. Mal gucken. Ich, äh, ja, ich trau dem Braten ja noch nicht so, ne? Also, ähm, äh, aber okay. Ich meine, ich hab das ja, ich hab ja den Chatverlauf. Wenn das Runde sind, dann muss ich mich mit denen halt in Verbindung setzen und dann, dann werden wir sehen. Weil ich hab es ja die Woche gesehen. Also, Rund macht mir einfach keinen Spaß. Nee, ich hab da einfach nicht so richtig Freude dran. Dieses, ich mag das, also hier ist leider nicht so, weil hier teilweise ein bisschen Lücken sind bei diesen Grautönen. Aber, äh, nicht so schlimm. Aber oft ist es ja so, dass die Eckigen, äh, gerade Hartstände, die knacken so schön ineinander. Ja, das ist fast so toll wie Luftpolsterfolie. Ja, doch, es kommt schon ziemlich dicht dran. Ja. Da hab ich auch noch welche da. Hihi. Äh, zurück zum Thema. Aber, äh, seht ihr, ich sag, es wird nicht so lang, wenn ich quatsche, hab ich schon wieder eine halbe Stunde voll. Fast. Aber, ähm, ja, so, so ist es, ne? Mal gucken. Ansonsten hab ich ja Beschäftigung. Ich muss noch zwei Bilder, die Steine wegsortieren. Ich muss noch, ähm, ach, die zweite Box ist aufgekommen. Genau. Von der zweiten Box, da muss ich die Steine reinfüllen. Und, ja. Genau, also, ich freu mich schon so, mit der Pixel-Challenge zu starten. Und ich freu mich, dass das hier fertig wird. Ja. Ach, Mensch, ich muss euch ja noch was zeigen. Das hab ich ja vollkommen vergessen. Wartet mal kurz. Jetzt hätte ich das fast vergessen. Und zwar kam gestern Post. Ich hab mir diese Stiftebox bestellt. Die ist jetzt nicht speziell für Diamond Painting. Aber ich habe dieses verdammte kleine Katzentier gesehen und ich fand es so süß. Ähm, ich musste es haben. Noch dazu hat es so einen Schneekool-Effekt. Ähm, ja. Was man jetzt natürlich nicht gut sieht. Ich versuch das mal kurz. So, ne? Also hier. Vorführeffekt. Aber das wabert eigentlich ganz schön dadurch. Mit Glitzerherzen. Genau. Und die kann man dann auch, ähm, aufmachen. Und. Kommt da noch so eine süße Katze? Voll, voll putzig. Ja. Und hier kann man drauf schreiben. Und man kann das dann auch wieder, äh, wieder entfernen. Ja. Ne? Ach, guckt mal, was ein Grün. So ist der Deckel. Sehr ähnlich. Genau. Ähm. Dann macht man einfach schup, 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 schup. Und weg ist das wieder. Äh, fand ich ganz süß. So, äh, dieses Schul, äh, diesen Schulplaner brauch ich nicht. Ähm. Genau, hier ist noch so ein Taschenrechner und ein Spiegel drin. Brauch ich jetzt auch nicht. Aber, äh, genau. So. Hihi. Fand es toll, dass so eine Stifte, die man wieder mit wegwischen kann, äh, dabei waren. Und. Nö. Haha. Ha. 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 Nämlich schön meine Stifte reinlegen. Seht ihr, ich wechsle jetzt auch mal meine Stifte. Darum landen die hier nämlich so schön. Und sie ist unglaublich stabil. Ja. Also sie, äh, äh, guckt dann stehen. Oh, das gefällt mir auch gut. Ähm. Also sie steht ganz wunderbar. Und sie kam so gut verpackt an. Also auch sehr schnell. Und sie kam, sie kam so gut verpackt an. Ich hab sie überhaupt nicht aus dem Karton gekriegt. So fest war sie da in ihrer Polsterung drin. Ähm. Dass ich da echt Mühe hatte. Ich musste wirklich beide Seiten aufmachen und sie dann, äh, rausschieben. Ja. Also rausdrücken. Das war, war auch mal was Neues. Aber ist die nicht schön? Ich fand die so niedlich. Ich fand die so süß. Ja, und gestern hab ich auch schon wieder sowas Süßes für einen Schreibtisch zum Stifterhalter, als Stifterhalter entdeckt. Ich glaub, das werd ich mir auch noch holen. Ja, es ist, es ist einfach so, ne? Hier bei uns kriecht man diese, diese, naja, süßen Mädchensachen nicht so. Kann man ja ruhig so sagen, ne? Aber ich, ich steh auf sowas. Ich find sowas ja total putzig. Ja. Ich, ich stehe dazu. Ah, so. Und, genau. Ach ja, was kommt denn noch? Was wollt ich? Ich, ich bin etwas planbar. Also ich, ich hüpfe, entschuldige dich, dass ich zwischen den Themen mal wieder hin und her hüpfe. Äh, vielleicht soll ich mir mal Notizen oder sowas machen. Wär vielleicht auch nicht so schlecht war. Ähm. Oh, ich lieb das. Guck mal. Dreier. Ich lieb das. Äh, was soll ich dir jetzt erzählen? Ich war eigentlich bei Bilder bestellen und so Kram, wie ich mir vorhin stehen geblieben. Genau. Genau. Also, drei Bilder sind jetzt unterwegs. Von dem ich hoffe, dass sie alle so ankommen, wie ich es bestellt habe. und, ähm, seht ihr da, das geht nämlich nicht immer. Und, 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 und. Genau. Dann ist das Päckchen von, von der Savasie dabei. Das, ähm, das warte ich. Und dann, warte ich auf ein Päckchen von der Pichu. Uh, ja, 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 da habe ich auch bestellt. Eigentlich wollte ich ja im April viel kürzer treten. Das hat ganz wunderbar geklappt. Nämlich gar nicht. Aber okay. Äh, ich habe das ja immer alles auf dem Schirm. Ich weiß ja, wie viel geht und wie viel nicht. Und, das Einzige, was momentan nicht ist, ist, dass ich ein bisschen was spare oder so. Aber wie das Jule letztens auch in ihrem einen Video sagte, ähm, das ist ja auch nicht der Typ, der sich quasi groß was zurücklegt. Also klar, ich lege für Foxy was zurück. Aber, ähm, ja, ja, mehr auch nicht so groß, weil, ähm, A, habe ich nicht so viel zum Zurücklegen und B, äh, ja, ich lebe jetzt. Ne? Also, ein Haus will ich nie haben. Äh, ja, Reisen wird man sehen. Ich habe keinen Führerschein. So, auch mal sehen. Also, mal gucken. Da gibt es ja auch Busreisen und sowas. Es gibt ja immer irgendwelche Möglichkeiten. Und, von daher, von daher, von daher, ja, ja, gebe ich mein Geld, na, nicht mit vollen Händen aus, aber, wenn ich auf was Lust habe, dann hole ich mir das auch. Sofern ich es mir leisten kann, ne? Das ist ja klar. Aber ich habe halt auch nur meine Katze und nicht, äh, Kind und Kegel, wo ich, wo das alles noch mit rein spielt. Von daher bin ich da ja auch wesentlich freier in meinen, in meiner Gestaltungsmöglichkeit, als das jetzt vielleicht eine Mama oder ein Papa ist. Und, ich denke auch, da gibt es kein richtig oder falsch. Ich glaube, das muss jeder für sich selber wissen und entscheiden. Ja. So. Da ich jetzt weiter da hinten, ups, mein Stuhl knatscht so. Da ich jetzt etwas weiter da hinten, äh, kleben muss und mich dann immer so weit rüberbeugen muss, nicht, dass ich irgendwann meinen Kopf vor die Kamera schiebe und ich sowieso schon wieder eine halbe Stunde quatsche, werde ich jetzt an der Stelle äh, ausmachen. Also aufhören zu quatschen. Und ich, ja, ich werde wahrscheinlich, ach, ich glaube mit dem Speedpainting, ich weiß gar nicht. Ich, nö, ich glaube nicht. Ich glaube, ich werde euch jetzt auf, äh, ausstellen. und dann, äh, sonst wird es einfach auch ein bisschen lang und dann werde ich euch nachher auf den letzten Metern mitnehmen. Ja, 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 die letzten Steinchen. Und dann werde ich hier auch vorher nämlich schon ein bisschen umgebaut haben, damit ich euch dieses Bild in seiner ganzen Schönheit zeigen kann. Leider, natürlich, ist heute die Sonne dafür nicht da. Das ist echt ein bisschen gemein, aber, ja, so ist es. So ist es. Kann man nichts machen. Okay, ihr Lieben, dann, bis gleich. So, da bin ich wieder und ihr seht, es ist fast geschafft. Ähm, ich werde jetzt mein Josephine Wall mit euch beenden. Ja, das habe ich vor. Ich habe extra die Symbole alle weggeklebt, die nicht in einem Kasten quasi sind, damit ich nicht wühlen muss und jetzt mir einfach den Kasten hier oben draufgestellt habe mit mit, ähm, dem Fach zu mir gewandt, wo die letzten Symbole, die ich jetzt brauche, drin sind. Äh, ja, ich hätte es nie für Möglichkeiten, dass ich irgendwann mal bei 275 Farben tatsächlich etwa weiß, welches Symbol in welchem Fach ist. Aber bei den allermeisten wusste ich es am Ende tatsächlich. Hi. Ja, und das, obwohl ich das ja nicht immer am Stück gemacht habe. Ah, genau, genau, hi. ja, ich bin ein bisschen aufgeregt und ein bisschen wehmütig jetzt, weil, ja, das, ich meine, das ist ein großes Projekt gewesen, ne? Und, äh, das geht jetzt gerade zu Ende, das ist, ha, also ich habe ja schon mehrere Bilder beendet, aber das ist halt auch tatsächlich mein eigenes erstes Bild. Für mich an die Wand dauert ja noch ein bisschen, weil ich habe ja erst im Juni Geburtstag, da wünsche ich mir dann den Rahmen, weil der bei der Größe natürlich ein bisschen teurer ist. Ja, da bin ich ganz aufgeregt. Ich würde es natürlich am liebsten sofort, instant, direkt an die Wand klatschen, aber, naja. Ich glaube, jetzt habe ich es so lange geschafft, dass es nicht an der Wand hängt. Da werde ich es dann jetzt die, die zwei Monate oder fast drei auch noch aushalten. denke ich. Bin ich jedenfalls zufällig, äh, zufällig. Das kam vor, wenn er nichts reden. Äh, zuversichtlich. Mann. Ach, immer dieses Farstel, ja. Aber würde ich das rausschneiden, dann würde am Ende das Video so krumpelig und schief werden, würde am Ende irgendwelche Stellen fehlen und keine Ahnung. Ich finde das so auch ganz, ganz nett. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber müsst ihr durch. Müsst ihr halt durch, ja, ja. Ich habe schon mal erwähnt, dass ich diese kleinen Schiffe von Pichu liebe. Von der lieben Pichu Moon Art. Ja, ja. Die sind bald auch regulär in ihrem, ich lasse euch gerade wackeln, sorry. Äh, die sind bald auch regulär in ihrem Sortiment, wenn ich das jetzt nicht ganz verbasele gerade. Pichu korrigiere mich, falls ich Mist erzählt habe. Aber ich glaube, es dauert noch ein bisschen. Oh, sie ist dabei. Nein, ich sage einfach, es wird sie irgendwann gehen. Wann, weiß ich jetzt gar nicht aus dem Kopf. Aber ich weiß, das ist geplant. Das hat sie auf ihrer Website ja, ja, geschrieben gehabt, beziehungsweise nachgefragt gehabt, wie das Interesse ist. Genau, genau. Und, äh, Janine hatte ja letztens auch in ihrem Video gesagt, dass man bei Wünschen Pichu einfach mal fragen soll, ob da was machbar ist. Genau. Ich habe keine Ahnung, was man alles mit dem 3D-Drucker so zaubern kann. Aber bestimmt so manches Tolles. Gerade ist meine Lampe so ein bisschen schlöscht. Aber ich kann die nicht so drehen, wie ich sie vorher hatte, weil dann seht ihr nicht mehr richtig. Das wäre ja auch doof, ne? Ich freue mich auf jeden Fall schon total auf mein Paket von Pichu, weil da sind schöne Sachen drin. Ja, ja, ja. Ich habe mein Katzenschiff bestellt und ein DMC-Logbuch und und, und, und. da sind noch zwei andere Sachen dabei. Hm, das zeige ich euch dann. Ja. Da bin ich schon gespannt, wann das bei mir eintrifft. Die Post ist ja momentan etwas ausgelastet, kann man sagen. Bei dieser Bestellflut von all den Menschen in Corona-Zeiten. aber ich bin zwar ein sehr ungeduldiges Kind, aber schaffe ich schon, ne? Umso mehr freut man sich. Ich hatte ja, leider ist mein Aber Moment-Bild nicht gekommen, so wie ich gehofft hatte. Ist das so süß? Vielleicht kommt es ja Samstag. Aber ich glaube es noch nicht so richtig. Irgendwie da läuft alles ein bisschen schief, aber naja. Ja, wer von euch klebt eigentlich auch so ein schönes Konfetti-Bild? Oder sagen wir mal, schönes Josephine-Wall-Bild? Es gibt ja viele Konfetti-Bilde, aber wer von euch klebt denn auch ein Josephine-Wall oder hat schon eins geklebt? Und ist, war von der Qualität genauso begeistert wie ich. Also ich habe mir ein paar Luftblasen durch falsche Lagerungen reingehauen, aber das war meine Schuld, nicht die von Diamond Painting Deutschland. Ja, hätte ich den Platz, ich würde mir immer wieder eins holen, aber die Größe kann ich halt nicht. Also, ich will ja auch andere Sachen noch aufhängen. Und von daher würde es wahrscheinlich bei denen bleiben, wobei es gibt halt noch das Einhorn und noch so ein, ich weiß nicht, wie das heißt, das ist so eine Frau, die durchs Wasser tanzt, auch beides sehr, sehr schöne Bilder. Aber ich muss dazu sagen, ich weiß auch nicht, ob ich nochmal Lust auf so ein großes viele Farbenprojekt habe. Auch wenn es, wenn es Spaß gemacht hat. Also, ich hatte, hätte tatsächlich mal Lust auf ein kleines, sehr viele Farbenprojekt. Aber da müsste ich wahrscheinlich, ich bin ja auch, bin ich blöd, ich mache doch jetzt die Pixel Challenge von, was hätte das von uns kaputt worden müssen? Die Pixel Challenge. Das sind ja 90 Farben in so einem kleinen Bild. Ja, vielleicht sollte ich irgendwann auch mal selber pikseln, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich habe mich ja schon beim Ausdrucken ein bisschen angestellt. Wobei das mit der Größe einstellen, das ging eigentlich recht schnell, das war nicht so das Problem, aber mit dem Laminieren war ich irgendwie ein bisschen, naja. Mal gucken. So. Seht ihr das? Es wird immer billiger. Ich bin gleich fertig. Ich bin gleich fertig. Oh Gott. Und dann mache ich nochmal einen kleinen Schnitt und dann, oh Gott, ja, vorletzte Farbe. Einen kleinen Schnitt gleich, gleich, gleich. Und dann lege ich es so hin, dass ich es euch in seiner ganzen Pracht zeigen kann und ich rechne flott zusammen, wie viele Stunden ich daran gesessen hätte, habe. Denn ja, ich habe es aufgeschrieben. Immer wie viel lange und wie viele Arbeitstage sozusagen. Ich bin sehr gespannt. Mal gucken. Es werden auf jeden Fall viele sein, die werde ich euch dann dazu sagen. Ich bin dezent aufgeregt. Schaut euch das an. Gleich. Nur noch die Wolke, äh, die Sonne hinter den Wolken, das Symbol. Und dann Huuuuh. Ah nein, guck mal, ich habe hier, nee, doch nicht. So hoch, als bin ich dem Kopf gegen die Kamera gestoßen. Das ist, wenn man hier so hin und her äh, wurschtet. Sooo. Ihr Lieben, die letzte Farbe. Ah, oh Gott, ich brauche, das ist gleich fertig. Oh Mann. Also ich habe mich schon oft drüber gefreut, wenn ein Bild fertig geworden ist, aber das ist, oh, das ist nochmal ziemlich, ziemlich cool. Ah, 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 ja, ja, da weiß ich gerade gar nicht, was ich sagen soll, mir verschlägt es jetzt gerade so ein bisschen die Sprache, weil, das irgendwie, das ist so skurri, dieses Ding hing und lag hier so viel rum. Ähm, jetzt wird es fertig. Ja, beenden tue ich es mit Collins Stift. Ah, ja, 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 ich kriege richtig Herzklopfen, das ist total witzig. Hatte ich glaube ich wirklich noch, noch nie. Ich finde es auch total toll, dass ich euch da gerade mitnehmen kann. Ja, ich überlege ja immer noch hin und her, ob ich das versiegele oder nicht, weil es kommt ja hinter einem Rahmen und, äh, ich habe ja noch nie versiegelt, gut, vielleicht wird ja noch ein kleineres bis dahin fertig, ähm, indem ich das dann erstmal probiere, weil ich habe irgendwie voll Schiss mir, dieses harte Stück Arbeit hier am Ende durch eine Versiegelung irgendwie komplett zu zauern. Oh, also ich weiß, viele benutzen Baufern, aber das braucht so lange zum Trocknen, das ist für mich mit meiner Einraumwohnung und der Mieze halt echt ein bisschen blöd. Und, hier habe ich voll die Schräge drin, aber ist egal, das sieht man aus, der finde ich. Ähm, ja, genau. Uh, die letzten Steinchen, die letzten Steinchen, irgendwie immer, was ist das? Äh, genau, Versiegelung, ja, da muss ich dann mal schauen, wie ich das dann mache, weil aufhängen geht ja schlecht, weil ich meine, es ist ja eine Flüssigkeit, die wird ja dann runterlaufen, denke ich mal. Also wäre es, wäre es was, äh, ja, müsste es was anderes irgendwie sein. Ähm, der Acrylack hatte mir Jule letztens gesagt, dass der, oh, ein paar Bellen macht, oh nein, schaut, schaut, die letzten drei Steine. Kontenance, eins, ah nein, drei, zwei, eins, es ist fertig, oh mein Gott, oh Gott, jetzt geht's gequitscheles, entschuldigt bitte aber, oh, oh mein Gott, oh ist das toll, ich freue mich gerade so, mach dir, streich dir auch so gern über die Bilder, ich mache das total gern, oh, oh, tada, fertig, 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 oh Gott, ich glaube, ich mache euch mal auf, auf stumm, ihr müsst ja jetzt hier nicht mal rumgequitschel, hören, So, ich werde jetzt das Bild drehen, damit ihr es komplett sehen könnt. Und die Stunden zusammenrechnen. Das ist so geil. Und dann werde ich euch das gleich nochmal präsentieren. So ihr Lieben. Ich stehe jetzt auf so einem kleinen Tritt. Damit ihr es in seiner ganzen Pracht sehen könnt. Es ist nicht wunderschön. Ich bin so happy. Es ist so toll geworden. Ich bin so begeistert. Ich bin sprachlos. Wirklich. Ich bin total sprachlos. Es funkelt und glitzert so schön. Jetzt haben wir gerade leider nicht das Licht dafür. Aber wenn die Sonne halt richtig drauf scheint, ist es ein einziges Glitzerfunkelmeer. Ich bin so stolz auf dieses große Bild. Und auf diese, ähm, ja, alles, ne? Ähm, es, äh, ja. Ja. So, ich bin mal runtergestiegen von dem, von dem, äh, kleinen Höckerchen, bevor ich noch runterfalle oder der nachgibt oder so. Der hat dann letztens schon mal gefährlich geknackst als mein Papa, äh, oder die Couch, oder? Ähm, ähm, äh, äh, ja. Josephine Woll, 275 Farmen von Diamond Painting Deutschland. Ähm, ich habe insgesamt daran gesessen, 115 Tage. Äh, insgesamt 259 Stunden Arbeit stecken in diesem Bild. Ähm, ich bin so begeistert. Ich finde, das kommt alles so wunderbar raus. Der Adler, das Meer mit den Fischen hier hinten, die Federn. Ich meine, guckt euch mal diese Federn an, ey. Es ist so, ich kann leider gerade... Ah, nee, wir haben das Licht leider nicht. Aber ich meine, guckt es euch an, ne? Es ist so schön. Oh, es ist so wunderschön. Oh, ich weiß noch, bei dem Vogel hier, da war ich an dem Tag bei, bei Freunden gewesen. Und da bin ich abends ja nach Hause gekommen, ich musste den noch fertig kleben. Und, ähm, hier den Teil zum Beispiel, da habe ich ja kopfüber geklebt. Und ja, die Schwäne hat man erst gar nicht erkannt. Und erst, als ich auf der anderen Seite stand, habe ich die Schwäne und die, ähm, Tauben gesehen und dachte so, boah, es ist so, es ist so toll. Es ist so wunderschön. Ich glaube, es ist so wunderschön. Oh, danke Diamond Painting Deutschland für dieses wundervolle Produkt, wirklich. Gut, ihr Lieben. Äh, damit schließe ich dieses Video. Ähm, entschuldigt, dass ich ein bisschen wackele, ich mache das gerade freie Hand. Ähm, genau. Äh, nächstes Projekt ist jetzt erstmal die Challenge von Heidi. Bisschen Steine wegsortieren und so. Mehr guckt euch die Nähe vorher an, ey. Oh, ja, ähm, genau. Und, äh, ja, bis bald. Tschüssi.